würde ich sagen schauen wir mal ich muss dazu sagen darkside bass kann man natürlich machen ist halt ein bisschen schwächer wie gesagt ich musste jetzt auch ein paar bass nehmen weil sie kein korn mehr hatten wer weiß ob es den jungs nicht anders ging deswegen wir schauen mal rein und gucken mal wie die sich so anstellen bei der supernova challenge dicke smokebox die ich noch nie gesehen habe so zurück bei uns im noah black heute mal mit ein paar special gäste einmal den lieben dünne morgen das geht gut aber der linie farbe farbflash 24 fast richtig 1000 an die gäste auf jeden fall sieht auf jeden fall schon mal nice aus der eine gänze ich ein schönes corona schönes vor shadowing auf die aktuelle zeit heute mal nicht hinter der kamera sondern mal mit dabei ist also sonst der kameramann bei team noah black letzten wochenende auf dem darkside event eingeladen übrigens ich war ja auch auf dem darkside event konnte die jungs da kennenlernen auch in echt sehr sehr sympathische boys auf jeden fall war sehr sehr nice dass team berlin da auch vertreten war da haben wir übrigens auch schon die supernova challenge gemacht ich würde sagen supernova ist bestimmt mit einer der bekanntesten sorten von darkside wika fragt wieviel züge hast du geschafft boah digga ehrlich nicht so viele ich glaube das waren 15 oder so und dann war wirklich ciao man muss auch dazu sagen manche haben halt am anfang geraucht als der kopf noch relativ frisch war andere dann erst ein bisschen später nach was schmeckt das supernova ist einfach nur kalt supernova hat keinen geschmack kann man sich ganz gut rauchen supernova alleine nicht so die geilste sache die es gibt aber supernova so ich sag mal fünf bis maximal 20 prozent im kopf dann habt ihr schon richtig nice kälte am start auf jeden fall sei der der gewonnen hat danach nicht mehr so gesund aus das ist wirklich so leute ein kumpel von mir der chris auf insta hesse übrigens shisha gott hat in einem livestream von sich auch eine frische packung supernova aufgemacht und hat dann über 100 züge genommen dem ging es danach richtig richtig dreckig also wirklich dreckig der hat es heulen gekriegt der hat schüttelfrost gekriegt dem ging es aber ganz ganz anders gezittert an den knien überall deswegen würde ich mal sagen also ich habe mir gedacht wir machen das alles auch und ja wir müssen ja auch den preis irgendwie auf den tisch legen die man rechnen schellen strauß den neuen juni marschallah er packen und hier auf den tisch let's go kann ich noch mitmachen dieses gesicht da er hat richtig bock auf den juni aber will auch hier so von drüben so das wird mein ohne denn den schnaufe ich mehr ich tue euch in grund und boden rauchten die köpfe schon vorgebaut ich würde sagen da drüben fängt an weil er weiß genau wenn du anfängt und das schön hier die runde macht dann kriegt er den kopf wenn am angenehmsten ist er hat richtig bock auf den juni hier hat frei und die gesicht man kennt ihn fangen wir aus an okay man er schreckt nicht zurück er will als erster dran braucht nicht so böse aber erst wie auf dem dachser treffen ja alles so das ist echt sowas sollte sobald supernova ein kleines bisschen warm ist kickte auf jeden fall schon anders von der kühle also ich habe es gefeiert als damals auf einmal alles hier mit minze am start war blendest du jetzt hier irgendwo zahlen ein ich will aber so pinke mit herzen okay vier züge jetzt habe ich eine art mit das geht glaube ich echt besser farbfleisch bereut auf jeden fall seine entscheidung mitgemacht haben mitgemacht zu haben bei der challenge im hals ich habe sie ganze zeit ich habe mich jetzt gerade erholt ja schön auspusten war ich bin jetzt schon brutal ja dann machen wir weiter ich sagte ich würde nicht lange reden mach einfach weiter und auch nicht so krass auspusten nicht so krass einatmen ich glaube das bringt beides nichts was drei züge bei dölitz das ist ja easy peasy gewinn für die beiden hier ja auch ganz entspannt noch mit einem ring am start so langsam so langsam knispert es aber auch beim guten jannis ich bin gespannt er hat jetzt schon vier das heißt mit dem nächsten hat er auf jeden fall die anderen beiden leute schreibt man jetzt euren tipp in die kommentare wie viele züge schaffen die beiden also jannis ist bei 4 und wie viele holt sich der ollie ich sage der ollie zieht durch der ollie hat richtig bock auf den hunni der wird sich den bestimmt snacken so wir schauen mal weiter jungs also zwischen 7 und 10 gegen die betten ich glaube nicht dass er sieben schaffst du wer jetzt schon guckt nein das ist auf jeden fall shisha challenge am limit hier für jannis okay sieben krass okay ich glaube der ollie holt sich den hunni oder so nummer eins ich kaufe doch keine 200 gramm zum mischen also gerade er denn eine bar hat 200 gramm zum mischen digga das ist doch so schnell weg selbst wenn du nur fünf gramm in den kopf packst sind das gerade mal 20 köpfe das haben die doch im nullkommanix und zum mischen ist supernova echten sehr sehr geiler tabak und der ollie war aber ganz schön lange er hat keinen bock mehr ach das war ein zug gibt ja auch enttäuscht mich nicht der ollie gibt auch gerne mal die rolle kaufen einfach mal um euro vor wie viel züge würdest du schaffen also eigentlich gesagt 20 aber es wundert mich gerade dass die alle so schnell aufgeben leute so leute auch wenn wir gerade 310 leute sind was absolut abnormal ist vor allem für diese uhrzeit werde ich mich jetzt verabschieden ich werde mal nach der regie gucken trotzdem sehr sehr nice dass wir uns hier ein paar videos zusammen angeguckt haben